Tja, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Top-Ten-Video. Ich bin immer noch krank, also nicht wundern, wenn die Stimme mal so wegflutscht, okay? Let's go! Ich hatte meinen ersten Samenerguss mit 7. Platz Nummer 10, 1,23 Euro im Maximum und 24 Cent im Minimum, sorry für die dämliche Angabe, die Cybershell. Leckerteilchen, also ganz, oh, guckt euch das mal an. Also die Beleuchtung mal wieder in Sahne. Und sie hat auch nicht diesen etwas merkwürdigen Matt-Filter, den manche wenige Skins, manche noch haben. Werden wir aber gleich noch sehen. Ja, 10er Platz. Der nächste Platz schon deutlich teurer mit 10 Euro bis 20 Euro, die P2 Fiddy Mandy. Hier sieht man diese leichte Mattigkeit, beziehungsweise, gut, das könnte natürlich auch in dem Fall am Material liegen. Ich meine nicht, dass das hier unten dunkler ist, sondern dass die Beleuchtung einfach anders ausfällt. Vor allem auf dem unteren Teil. Ähm, aber es kommt später irgendwie noch krasser rüber bei der, also bei einer anderen Waffe halt. Ich will jetzt nicht vorgreifen. Jo, cleaner Skin, weiter geht's. Weiter geht's mit dem achten Platz. Für 43 Cent bis 1,63 Euro könnt ihr euch die P2 Fiddy Inferno gönnen. Erinnert stark an Cash, es ist richtig, aber es ist Inferno. So, Cash wollen wir trotzdem wieder zurückhaben, ne? Ja, ihr wisst schon, diese Gerankel-Bankel, das da gewachsen ist bei, wenn man von T weggelaufen ist, Richtung A rechts, Richtung Squeaky. Da ist doch Ausflugzeug an der Wand gewachsen. So eine geile Map. Ich hab ja gehört, oder vorhin sogar gelesen, noch auf Twitter, glaube ich, dass da bald was kommt. Und wisst ihr was? Diese Woche gibt's übrigens noch ein Knife-Gift, woher, aber dazu gleich dann später im Video. Weiter geht's. Auf dem siebten Platz liegt die Hardcore glänzende, leuchtende P250-Stil Disruption. Ja, ist halt auch wieder so ein typischer, krasser Glänz-Skin. Ein Skin, den man früher noch nicht mehr im Arsch angeguckt hat, der halt jetzt einfach mega geil rüberkommt. Gerade dann halt ingame, wenn du, wenn das Teil jemand in der Hand hat und dir vorbeiläuft oder du das Ding halt bespielst. Es ist einfach sweet. 1,59 bis 2,08 Euro. Also ich find's sehr, sehr schnieke, dass die Teile nach wie vor so günstig sind. Auf dem sechsten Platz liegt, zumindest bei mir, die Asimov. 1,51 bis 17,93 Euro. Auch vollkommen im Rahmen. Guckt euch einfach mal hier jetzt die Farben an und diese, wie die Beleuchtung ist und wie kräftig sie doch aussieht. Gerade wenn man sie auch so ein bisschen gegen das Licht hält. Es kommt noch eine Waffe. Da sieht man auf jeden Fall einen deutlichen Grauschleier, der einfach so über der Waffe drüber liegt. Vor allem, wenn man sie gegen das Licht hält. Fünfter Platz, P250 Verdigris. Auch schön glänzend und ein bisschen grün. Also, was will man mehr? 13 Cent bis 48 Cent. So ein Schnapperl. Guckt euch mal oben den Lauf an. Und auf dem vierten Platz kommt genau das, wovon ich gesprochen habe. Und zwar sieht die Waffe doch, also hier sieht sie ja noch ziemlich, vor allem wenn man sie ein bisschen vom Licht weghält, recht kräftig aus. Aber je mehr man sie ins Licht reinhält, desto matter wird sie irgendwie. Also die Beleuchtung ist hier ganz merkwürdig draufgelegt. Finde ich, das, ja, ich weiß auch nicht, ob das einfach nur, ob das halt so gemacht werden muss. Weil es halt kein Glänzi-Bubenzi-Skin ist, also machen sie es so. Aber ich finde es schade, dass sie hier dann halt so matt, grauschleier, weißschleierig irgendwie halt aussieht. Aber ja, ist trotzdem ein geiler Skin. Und für 2,31 Euro bis 9,86 Euro kann man sich jetzt auch nicht so extrem beschweren für so einen tollen Redskin. Und jetzt kommen wir in die vorderen drei Plätze. Ihr könnt gerne wieder raten, was da bei mir liegt. Und fertig. Auf dem dritten Platz liegt die P2 Fidi-Kartell. Ja, es ist kronk. Das Ding ist kronk. Es, sie leuchtet halt richtig schön, also sie glänzt richtig schön, meine ich, und sieht einfach aus wie eine echte, nicht übertriebene Waffe. Die tatsächlich irgendwo, bei einem Kartell, wir hatten sie auch schon bei den Dual Berettas, irgendwo hängt an der Wand. Bei so einem, bei so einem Dealer oder sowas. Beim Dealer deines Vertrauens vielleicht sogar, ne. 4,45 Euro bis 14,30 Euro legt man für das Teil hin. Auf dem zweiten Platz liegt eine Waffe, die wirklich, wirklich krank ist. Und hier, ich finde gerade hier haben sie perfekt eben mit dem gesamten Thema gearbeitet. Und zum Glück auch kein Grauschleier oder ähnliches draufgelegt. Du hast dieses wunderbare Gold, ich bin ja sonst kein Gold-Gelb-Fan, aber hier, köstlich, köstlich, guck mal. Ach Gott, guck doch mal. Also ein wirklich, wirklich schönes Teil. Die Glanzhaftigkeit, das ist ein normales Wort, ist insane. Preislich liegt die bei 28 Euro bis 125 Euro. Ja, komm, auf, komm. Und was liegt wohl jetzt auf meinem ersten Platz? Tja, ich weiß es. Die Visions. Och, bunt. Ultra glänzend. Und, och, da ist sogar ein Frauengesicht drauf. Meine Güte, geht der ab. Und für 2,28 Euro bis 8,65 Euro ist das, also ich finde, das ist ein absoluter Banger-Skin. Für den Preis eben auch noch. Also wenn du bei Skinmore und schaust und dir da irgendwas günstiges raussuchst, da ist auch ein Vogel drauf. Da ist ein Vogel drauf. Geil. Und natürlich machen wir hier auch wie immer ein passendes Giveaway für euch. Leider habe ich jetzt gerade keinen Skin aus der Liste ready gehabt. Aber das ist, das ist zumindest einer der Skins, die jetzt nicht so absolut trash. Also ich habe gerade durchgeguckt durch meine Listen, was ich halt auf den Trade-Accounts oder auf dem Trade-Account liegen habe. Weiß ich nicht, hätte euch eine Sand... Würde euch eine Sand-Dune besser gefallen? Obwohl da kronke Sticker drauf sind. Bin immer noch erkältet, darum die, die witzigen Sounds. Ne, das, das Kind ist scheiße. Also ich meine, die Sieger sind vielleicht ganz gut, aber das Kind ist einfach so trash. Mann. Ja gut, also wir machen, wie gesagt, diese wunderbare, äh, rote Containment für euch. Um das Teil zu gewinnen, schreibt ihr einfach folgendes in euren Kommentaren zu. Und zwar, wie zufrieden seid ihr aktuell mit dem Stand von CS2? Uiuiui, ich weiß, schwierige Frage. Aber so, aber bitte, also bitte realistisch gesehen. Nicht irgendwie, ja, aber left-handed und mithanded und upper-handed ist noch nicht da. Deswegen ist das trash. Schon so ein bisschen, so ein bisschen reflektiert. So ganz klein wenig. So, ah, okay, neue Engine und Pipapo und hm, hm, hm. Okay, ja, gut. Also, äh, let's go. So, das war's dann wieder für heute. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich gehe stark davon aus am Freitag. Oder im nächsten Livestream, ich stream mir dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr. Und jeden Freitag ab 20 Uhr. Diese Woche, oh mein Gott, diese Woche gibt's noch ein Knife-Giveaway für euch auf Twitch. Und zwar gibt es diese Woche dieses wunderbare Navire-Knife-Rust-Code für euch auf Twitch zu gewinnen. Also, rumkommen. Ja, das war's dann soweit wieder gewesen. Danke für alles, haut rein und bis zum nächsten Mal. Denn dann geh mit deiner dicken, fette Mutter auf die Instagram-Messe. What?